herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der s&p 500 hält sich kurzfristig auf hohem niveau die gestrige bewegung hat aber nicht sonderlich überzeugt wir schauen auf den ja s&p 500 den deutschen leitindex und auch auf das währungspaar euro dollar den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir legen direkt los in rüber in die xstation und schauen uns die gestrige bewegung mal etwas genauer an wir sind im tageschart der ausbruch über das vorwochen hoch überzeugt nicht da die gestrige tageskerze an den langen oberen schatten aufweist und der trend ist jedoch noch aufwärts gerichtet und es gab zwei retests an dem vorwochen hoch letztes hoch letztes tief rücksetzer und dann die beiden retests die bullen könnten jetzt die hochs zwischen 4100 und 68 und 4208 an visieren da liegt auch noch das jahres hoch und sollte der index allerdings unter das vor wochen hoch rutschen sowie das darunter liegende tief bei 4043 punkten dann wäre auch ein rückgang bis mindestens 3995 drin und das wäre das tages hoch vom vergangenen donnerstag hier könnte man vielleicht auf einen retest hoffen das wäre also auch ein kurzziel auf der unterseite wenn eben unterstützungsmarken im kurzfristigen bild nicht halten sollten der deutsch leitindex steht kurz vor einem test des jahres hochs in dieser woche könnte es sich also entscheiden ausbruch nach oben um das rekordhoch anzupeilen und den abstand zu verringern oder eben eine kurzfristige top bildung die dazu führen könnte dass der markt entweder ja erstmal weiter seitwärts verharrt und vielleicht dann auch in den nächsten wochen mal kräftiger nachgibt das vor wochen hoch bei 15.000 bei 15.650 punkten und das darunter liegende tief bei 15.595 punkten das sind die zwei marken auf die man sich konzentrieren sollte kurz noch rüber zum euro dollar euro dollar steigt in dieser woche respektiert aber das vor wochen hoch es gab jetzt bereits zwei versuche den bereich zu durchbrechen noch wichtiger ist aber das darüber liegende hoch bei 10704 das ist die übergeordnete abwärtstrend struktur im tageschart und solange der bereich hier oben nicht durchbrochen wird besteht eben die gefahr dass das paar erneut fällt und möglicherweise nochmal die 105 33er marke testet das gerne einen daumen da mehr analysen gibt es in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal